Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um einen Schleierling und zwar einen Klumpfuß, den Anisklumpfuß. Wo und wann man die Art finden kann, wie es mit Speisewert, Verwendbarkeit, den typischen Verwechslungspartnern, den Kernmerkmalen und natürlich auch einer genauen Beschreibung aussieht, das erfahrt ihr in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Der Anisklumpfuß ist ein Symbiosepilz und typischer Nadelwaldbewohner. Der bevorzugte Symbiosepartner ist die Fichte. Der Anisklumpfuß fühlt sich vor allem auf kalkreichen Böden wohl und kann insgesamt vom Sommer bis in den späten Herbst hinein gefunden werden. Am häufigsten ist die Art bei uns in Oberbayern im September und Oktober zu finden. Der Anisklumpfuß gehört sicherlich mit zu den häufigeren Arten aus der Gattung der Schleierlinge. Wir konnten die Art in verschiedenen Nadel- und Nadelmischwäldern entdecken. Kurz und bündig den Anisklumpfuß erkennen. Was sind denn die Kernmerkmale? Erscheinen im Nadel- und Nadelmischwald sehr variable Hutfarben, rotbraun, orangebraun, violettbraun oder auch mal eher grau-grünlich, jung, leuchtend gelblich gefärbte, ausgebuchtet angewachsene Lamellen, rostbraune Sporenpulver, gelber bis gelbbräunlicher Stiel mit knollig verdickter Basis, gelbes Fleisch mit, ganz wichtig, starkem Anisgeruch und Geschmack. Wie sieht es denn mit Speisewert und Verwendbarkeit aus? Der Anisklumpfuß ist je nach den geschmacklichen Vorlieben eines Sammlers als guter Misch- und Würzpilz oder als ungenießbar zu beschreiben. Die Art besitzt einen starken Anisgeruch und Geschmack. Wer diesen Anisgeruch und Geschmack mag, der kann den Anisklumpfuß vereinzelt in Mischgerichten verwenden. Wer die Aniskomponente nicht mag, für den ist die Art meiner Meinung nach nicht als Speisepilz zu empfehlen. Insgesamt dürfte der Anisklumpfuß als Speisepilz noch weitestgehend unbekannt sein. Wichtig ist beim Sammeln der Art für Speisezwerke, tödlich giftige, ebenfalls gelbfleischige Arten aus gleicher Gattung, wie zum Beispiel den schöngelben Klumpfuß sicher auszuschließen. Dazu später mehr. Anisklumpfuße sind am Anisgeruch zwar leicht zu erkennen, aber trotzdem immer mit besonderer Sorgfalt zu bestimmen und sollten wirklich nur dann verzehrt werden, wenn keinerlei Restzweifel bei der Bestimmung bestehen. Kommen wir zu einer detaillierten Beschreibung. Der Anisklumpfuß erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 12 cm. Die Hudoberseite kann verschiedene rotbraune, orangebraune, violettbraune oder auch mal graugrünliche Farben annehmen und fällt damit, wie schon beschrieben, farblich sehr variabel aus. In der Hutmitte ist der Anisklumpfuß oft deutlich intensiver und am Hutrand deutlich blasser gefärbt. Die Huthaut ist abziehbar. Der Hutrand fällt lange eingerollt aus. Die Lamellen des Anisklumpfußes besitzen vor allem bei jungen Fruchtkörpern eine wunderschöne leuchtend gelbgrüne Farbe, die mit zunehmendem Alter aber leider etwas an Leuchtkraft verliert und durch das Sporenpulver letztendlich gelbbräunlich bis rostbräunlich ausfällt. Die Lamellen besitzen viele Zwischenlamellen und sind ausgebuchtet am Stiel angewachsen. Das Sporenpulver ist rostbräunlich gefärbt. Der Anisklumpfuß fällt zur Stielbasis hin deutlich knollig verdickt aus. Der Stiel ist dabei blassgelblich gefärbt und bräunlich überfasert. Das Fleisch des Anisklumpfuses besitzt eine auffällige Gelbfärbung, die unter Umständen auch blassgelblich ausfallen kann. Mit Kalilauge verfärbt sich der Anisklumpfus weinrötlich bis dunkelrötlich. Charakteristisch und namensgebend fallen der Geruch und der Geschmack des Anisklumpfuses aus. Die Art besitzt, wie vorher bei den Kernmerkmalen schon beschrieben, einen intensiven, süßlich-würzigen Anisgeruch. Die Geschmacksprobe fällt ebenfalls anisartig aus. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Wichtig ist vor allem eine sichere Artabgrenzung zu potenziell tödlich giftigen Arten, wie dem dottergelben und dem schöngelben Klumpfus. Aber auch mit anderen Arten kann der Anisklumpfus zumindest theoretisch verwechselt werden. Der dottergelbe und der schöngelbe Klumpfus sind nicht nur ebenfalls Schleierlinge, sondern sogar ebenfalls auch Klumpfüße. Auch die Stiellamellen und Fleischfarben können sehr ähnlich ausfallen. Allerdings fehlt beiden Arten der Anisgeruch und die Hutfarbe geht viel mehr ins gelbliche als ins rot-orange oder violett-braune. Der seltene blaublättrige Klumpfus kann ebenfalls im Nadel- und Nadelmischwald erscheinen und besitzt einen ähnlichen Aufbau des Fruchtkörpers. Allerdings fällt die Art nicht gelbfleischig aus und besitzt keinen Anisgeruch und Geschmack. Der essbare strohgelbe Klumpfus ist ebenfalls ein Schleierling und Klumpfus, besitzt also grundsätzlich einen relativ identischen Aufbau des Fruchtkörpers. Die Art erscheint außerdem ebenfalls gerne im Nadel- und Nadelmischwald auf kalkreichen Böden, besitzt ebenfalls leicht gelbliches bzw. zumindest gelb-weißliches Fleisch und jung ebenfalls gelbe Lamellen. Allerdings fehlt auch dieser Art der Anisgeruch. Der ebenfalls essbare, aber zumindest regional seltene Buchenklumpfus besitzt allenfalls einen ähnlichen Aufbau des Fruchtkörpers. Die Art ist aber im Laub- und Laubmischwald gerne bei Buchen zu finden, fällt nicht gelbfleischig aus und riecht und schmeckt, wer hätte es gedacht, nicht nach Anis. Eine extrem seltene Art, zumindest bei uns in Deutschland, die mich bei meinem bisher einzigen Fund der Art aufgrund der leuchtend gelblich gefärbten Lamellen vom ersten Eindruck her schon stark an den Anis-Klumpfus erinnert hat, der gelb-blättrige Rassling. Abgesehen von den Lamellen gibt es ansonsten aber kaum Ähnlichkeiten. Der gelb-blättrige Rassling ist ein Laubwaldbewohner, besitzt insgesamt eher blau-gräuliche Farben, stark rötendes und nicht gelbes Fleisch und keinen Anisgeruch und Geschmack. Zusammengefasst, wenn man auf die vorher beschriebenen Kehrmerkmale und vor allem den starken Anisgeruch achtet, dann kann man den Anis-Klumpfus eigentlich so gut wie nicht verwechseln. Wie sieht es denn bei euch in der Region mit dem Anis-Klumpfus aus? Konntet ihr die Art schon finden? Sammelt ihr den Anis-Klumpfus gerne auch mal für Speisezwecke und wie sieht es mit anderen essbaren Art mit Anisgeruch und Geschmack aus? Ich bin wie immer gespannt auf eure Erfahrungen zum Themenkomplex Speisepilze mit Anisgeruch und Geschmack. Ich hoffe abschließend, du konntest bei diesem Pilzportrait wieder die ein oder andere für dich neue Informationen mitnehmen, wünsche dir, euch und allen noch eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzportrait. Macht es gut und bis dann!